Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wir befinden uns am Strand hier immer noch und weiter geht es hier. Und es kam mal wieder ein kleines Update, während ich den Stein hier noch einsammle. Ich spiele in der Version 0.26d und zwar die beinhaltet folgendes. Schaden den Gegner an der Spielfigur verursachen können leicht verringert. Das ist schon mal ganz nett, hört sich gut an. Etwas ältere Nahrung, die noch genießbar ist und etwas Energie zurück, statt bisher gar nichts. Auch nett. Reichweite des Effigy, Grundgerüsts und Prokörperteil erweitert. Klingt alles ganz nett. Einige Fehler hinsichtlich der Reaktion auf Averages bei Gegnern behoben. Etwas höhere Schaden durch Feuer für Gegner. Durch das Bocken verloren gegen eine Rüstung behoben. Allgemeinen Schadenswert beim Bocken leicht reduziert. Einen Fall von nicht ladenden Speicherstand durch Brücken behoben. Falls skalierte oder übermäßig bemoostete Baumrinden behoben. Großer fehlender Teil in Höhle 1 behoben. Und Fehler mit teilweise gebauten Baumhäusern und dazugehörigen Ladevorgängen, die es dann nicht mehr erlaubten, das Gelände fähig zu stellen, da noch die abveraltete Treppenblaupause definiert war. Alles klar, das klingt doch alles ganz nett. So, Rüstung brauchen wir natürlich wieder. Und wir könnten auch wieder einiges gebrauchen. An Trinken oder an... Snacks natürlich. Aber natürlich habe ich auch noch andere Sachen eigentlich vor. Was die Höhle 10 angeht. Weil der Kuh-Mutant... Da sind die Sounds mit verbessert. Und ich weiß nicht, ob die Höhle 10 die tiefste Höhle ist. Da gibt es nämlich neue Inhalte. Ähm, so weit. Ist es jetzt so weit entfernt? Ne, es geht. Und was sind eigentlich die dekorativen... ...Magazine? Liegen die denn hier irgendwo rum? Wie zum Beispiel sowas hier, Geld. Das weiß ich nicht. Manchmal findet man ja auch nicht alles. Alkohol... Können wir nicht mehr tragen. Da haben wir genug von. Und davon auch. Na gut. Kann auch nicht schaden. Bisschen Kohle sozusagen. Der Wasserfall macht kaum noch Geräusche. Aber gar keine Geräusche ist ja auch... Vorher war der so ein bisschen übertrieben. Das heißt, am Strand liegen jetzt keine Magazine rum. Auf der Yacht oder so. Nur weil ich hier gerade so bin, zum Beispiel. Ich kann erstmal unter die durchgucken. Ähm, hallo? Ich kann auch mal die Animationen hier... ...hier... ...hat eben komischweise einen Ton aussetzt. ...hier... ...hat eben... ...hier... ...hier... ...hat zahen... ...mehr... Kannst auch mal an die Tonne hauen. Eigentlich nicht, aber... Wir könnten jetzt auch mit unseren Floß fahren theoretisch, aber das dauert mir glaube ich zu lange. Erstmal ein Riegel. Obwohl es wird eh gerade dunkel. In den Höhlen sollen ja auch noch die so gelbe Kisten mit Fackeln, mit Leuchtfackeln oder so drin sein. Gucken wir, ob wir das alles in einen Abwasch kriegen. In der Höhle C, mal gucken. Für mich ist die sehr tief. Ich weiß nicht, ob das die tiefste Höhle ist. Würde ich jetzt mal sagen, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir hier pennen. Genau, wir hatten doch das Ding hier. Noch mal eben was essen. Wenn die jetzt schlechter sind, dann geben die zumindest auch Energie ein bisschen zurück. Müssen wir noch achten. Der ist nur edible. Der ist nicht fresh. Wie viel der gibt. Ob das reicht oder nicht. Und ich muss mal ganz kurz was checken. Kleine Standbild vielleicht. Der Side-Tone hat sich ausgestellt. vom Headset. Sorry. So ist besser. Jetzt haben wir gegessen und sind auch satt. Dann können wir nochmal speichern, wie wir das immer gerne machen. Okay. Begegnen wir bestimmt gleich was, naja. Aber im Dorf habe ich jetzt auch diese Magazine oder so nicht gefunden. Bisher. Müssen wir nochmal in unserer Base gucken. Runden die Base auf der anderen Seite sozusagen. Vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Sonst, wenn man nicht alles entdeckt, dann ist es eben so. Es kann auch manchmal ein Übersetzungsfehler sein. Oder es soll angeblich was eingebaut sein. Und es ist doch nicht eingebaut. Das weiß man immer nicht. Und das Meer sieht immer schön aus. Und du siehst nicht schön aus. Eigentlich will ich den gar nicht beachten. Aber er beachtet mich. Das ist schon mal schlecht. Ach, wenigstens eine Likola-Dose mal. Zur Abwechslung. Hau ab! Ich bin nicht genießbar. Hier wäre ja noch ein Fluss. Stimmt ja. Vergesse ich manchmal. Ja. Oder sind die dekorativen Magazine im Flugzeug. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich die schon gesehen. Wir stürzen hier auch an Dorn ab. So, wenn eine neue Version rauskommt. Das weiß ich nicht. Aber das Boot sieht auch immer ein bisschen anders aus. Haben wir volle Medizin eigentlich? Weiß ich auch nicht. Super. Lurche. Wäre auch nicht schlecht. Das haben wir auch schon voll. Das haben wir auch schon. Alles voll. Ach ja, das ist ja sowieso. Ich will Krütenpanzer haben wir auch noch. Tsch. Ich hoffe mal, der Kannibale hat abgelassen. Schätze ich mal. So, ich hoffe, man fällt auch nicht in die Höhle gleich. Das wäre nicht ganz nüt. Gut. Ansonsten in der Höhle 7 und 8 sind auch Gegneranpassungen. Und in der Höhle 7 könnte auch noch ziemlich tief sein. Das weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau, ob das die tiefste ist. Das wird schießt jetzt. Nein. Quatsch. Oha. Oha. Zwei Hasen auf einmal. Der Schneehasen müssen wir auch noch, oha, äh, kriegen. Sehen, meine ich. Nein. Der brauche ich. Kann man sich gleich anlegen, so. Oder war mir schon voll. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, wie auf einmal. Da liegt auch nichts rum, ne? Naja, guck mal hin. Wenn man nix hätte hier, dann könnte man auch noch speichern. Alles voller Zelte hier. Waren die immer schon so zahlreich? Weiß ich gar nicht. Weil das hier E ist, speichere ich hier. So, auf auf zur Höhle in Höhle C. Bitte nicht runterfallen. Licht an, Spot auf. Ich mache komische Geräusche laut. Das Inventar können wir nicht zugreifen. Tatsächlich nicht. Oh, es ist los. Gehen wir weiter runter. Ja, die Ausdauer sollte da unten nicht ganz tot sein. Also deswegen werde ich sie manchmal wieder ein bisschen auf. Ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Naja, das ist zu lang, glaube ich. Das sollte ewig sonst. Hunger haben wir alles. Es ist laut und tief. Ja, das ist laut. Oh. Krass, hier können wir auch speichern. Ah, das sind diese Leuchtkisten. Wo es Flares gibt. Ah, okay. Aber gut, wenn man die Möglichkeit hat, dann speichert man lieber oft. Aus Sicherheit, dass man nicht stirbt. Noch mehr Riegel, gut. Überall haben wir unsere Feuer verteilt hier. Oh, ich hasse es hier. Na super. Außer sie hochzulassen. Ich lade nochmal. Sorry, sorry, große sorry. So, macht Licht an. Ah, achso, hier ist es wieder offen. Oh, na gut. Hä? Sind die Zelte verschwunden? Oder was? Hä? Blöd? Verstehe ich jetzt nicht gut, aber naja. Ich kann sie nicht raufspringen. Hä? Was ist hier los? Ich sehe da unten schon einen fiesen Typ, glaube ich. Diesmal war das Spiel nicht schuld, eben. Diesmal habe ich es selber losgelassen, vorhin. Eben, ja, ihr wisst schon. Ich höre auch schon die neue Sounds ein bisschen. Ich höre schon die neue Sounds ein bisschen. Hallo? Nein, 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 nein. Mann, was machen die alles mit Damage? Alter, die treffen mich auch immer. Oh, Alter. Alter. Die sind immer noch overpowered. Ja, Alter. Der kommt hier sogar hoch, ey. Oh, nee, ey. äh. Musik Mal.